Heutzutage, wie niemals zuvor, hat eine Eigenschaft der internationalen Gesellschaft, im Besonderen der österreichischen, ihren Fokus. Die Apathie. Sie hat viele verschiedene Namen. Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit oder auch Abstumpfung. Nachdem Deutschland temporäre Grenzkontrollen wieder einführte, waren stundenlange Wartezeiten an den Grenzen, etwas, das längst der Vergangenheit angehörte, wieder an der Tagesordnung. Arbeitsplätze waren gefährdet und der Handel litt darunter. Doch nur wenige verstanden die Tagweite dieser Situation und erkannten ihre Folgen für die Zukunft. Die Mehrheit jedoch akzeptierte dies binnen weniger Tage als neue Normalität. Statt diese mehr als außergewöhnliche Situation kritisch zu reflektieren. Das gleiche Bild zeigte sich auch, als der Zugverkehr zwischen München und Salzburg für mehrere Monate suspendiert wurde. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen auf immer weniger Raum zusammenleben. Über, wohin man blickt, sieht man Menschen, aber keine Menschlichkeit. Vor einigen Jahren noch traf die Apathie der österreichischen Gesellschaft nur das Leiden derer, die weit entfernt waren, aber in den letzten Jahren auch unser direktes Umfeld. Wir standen abzustumpfen. Ja, manch einer könnte es sogar als Schutzmechanismus bezeichnen. Denn täglich erreicht uns eine Flut von Informationen, die eine Lebenszeit füllen könnte. Also differenziert, separiert, analysiert und reduziert unser Gehirn die Realität auf das, was für uns relevant ist, sprich unserer Wahrnehmung. Doch alles, was wir tun, hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. So auch die Apathie. Sie lässt alles als irrelevant erscheinen. Und so nehmen wir es nach kurzer Zeit auch nicht mehr wahr. Anders gesagt, aus dem Sinn, aus den Augen. Unsere Wahrnehmung wird immer verkleinert sich. Sie wird reduziert und immer realitätsferner. So werden wir blind, obwohl wir sehen. Und so werden wir taub, obwohl wir hören. Vergessen haben wir die Macht unserer Worte. Vergessen haben wir unsere Stimme zu erheben. Statt zu reflektieren, haben wir gelernt zu akzeptieren. Doch eben jene Fähigkeit zur kritischen Reflexion ist der Grundstein einer jeden intakten Gesellschaft. Und deswegen ist die Apathie eine schleichende Gefahr, die im Dunkeln lauert. Mehr als nur eine große Zivilisation ist an ihr zugrunde gegangen. Die Etrusker waren einer Hochkultur, die ihrer Zeit und auch den Römern weit voraus waren. Von ihnen lernten die Römer, wie er Wein oder auch Weizen kultivierte. Auch der Gladiatorenkampf ist eine etruskische Tradition. Doch mit der steigenden Elaboriertheit der Gesellschaft ging auch die Apathie einher. So wurden keine Grenzen mehr patrouilliert und die Diplomatie wurde vernachlässigt. So erkannten die Etrusker die Gefahr einer römischen Invasion nicht. Und das etruskische Reich fiel in nur zwei Tagen. Was uns die Geschichte lehrt, ist, aus unseren Fehlern zu lernen und es nicht noch einmal zuzulassen, dass eine große Gesellschaft an der Apathie zugrunde geht. Erst vor wenigen Wochen aber wurde von Innenministerin Mikl Leitner und Verteidigungsminister Doskozil beschlossen, im Konsens mit der Regierung die Innengrenzsicherung mit Säunen voranzutreiben. Die Reaktion auf einen weiteren Zaunbau bei einer Verschärfung der Grenzkontrollen in den Balkanstaaten, aber auch eine Destabilisierung der Schengen-Zone. Denn wie schon zu Isaac Newton Treffen formulierte, Aktion und Reaktion. Um das in einen Kontext zu setzen, Der Zerfall der Schengen-Zone würde die EU über die nächsten zehn Jahre 110 Milliarden Euro kosten. Jedoch auch in diesem Fall feierte die Apathie wieder einen Sieg. Einen Sieg über die Vernunft. Und vielleicht auch bald einen Sieg über Kontrolle, Sicherheit, Meinungs- und Pressefreiheit. Deswegen kann uns dieses Ereignis nur als Leuchtfeuer dienen, das es uns möglich macht, zukünftige Herausforderungen, die wir als Gesellschaft gemeinsam zu bestehen haben, in einem neuen Licht, also einem anderen Blinkwinkel zu sehen. Gestern wurde ein weiterer Stein für die Festung Österreich gelegt. Denn es wurde von der österreichischen Regierung beschlossen, die österreichisch-italienische Grenze zu sichern, wenn nötig, auch mit Soldaten. Bald werden jene, welche die Grenze überqueren, ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf das wunderschöne Panorama richten, das sie umgibt, sondern auf den schwerbewaffneten Soldaten mit Sturmgewehr, der sie kontrolliert. Obwohl wir nur ein Mitgliedstaat von vielen in der EU sind, könnten diese weiteren Grenzkontrollen das Konstrukt der EU zerstören. Denn wir sind ein Dominostein im Konstrukt der EU. Und wenn wir fallen, fallen alle anderen auch. Doch noch ist Zeit, die Situation zu reflektieren. Noch gibt es die Möglichkeit, konstruktive Kritik zu üben. Noch hat die Apathie nicht die Oberhand gewonnen. Und noch können wir Einfluss auf die aktuellen Geschehnisse nehmen. Deshalb möchte ich mit den Worten von Dylan Thomas schließen. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Brenn, rase, wenn die Dämmerung lauert, im Sterbelicht ist der Doppelzorn empfacht. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.